Moin! Was geht's? Heute wieder bei einem Tutorial was man nicht wirklich als Tutorial bezeichnen kann denn es handelt sich um ein wenig Stil nicht viel, wenig und da zeig ich euch jetzt mal wie man auch mit einem kleinen bisschen klein bisschen Stil diese kleine Wand hier hochkommt auch wenn ihr euch traut könnt ihr auch noch hier höhere Wände nehmen und so ich sag jetzt mal Wände ok, da hab ich jetzt einmal eine Art und Weise die ein wenig aussieht wie der King Kong World aber eigentlich gar kein King Kong World ist weil die Worts normalerweise über Geländer oder andere kleine Hindernisse durchgeführt werden ok ok das war die Art des King Kong World jetzt hab ich mal noch was einzublenden und zwar was von einem meiner Kumpels vorgezeigt na dann viel Spaß dabei jo na dann äh sag ich mal tschau und verabschiede mich mit einem tragischen Ende ab guck das die 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 die